Anders Lösel ist staatlich geprüfter Berg- und Skilehrer und Trainer beim Projekt Check-a-Risk. Er wird den teilnehmenden Jugendlichen die nötige praktische Erfahrung vermitteln, wenn es um Skifahren abseits der Piste geht. Ich glaube, es wird euch gefallen. Ich werde nachher auch die Gruppeneinteilung bekannt geben und ich bin mir sicher, dass ihr heute eine Menge lernt, dass wir das interessant gestalten und ihr nach dem Tag einfach mehr wisst, wie man sich im lawinengefährdeten Gelände verhält. Die jungen Freerider haben sich an der Bergstation der Karwendelbahn in Mittenwald getroffen und werden auf den heutigen Tag erst einmal mit einem Film eingestimmt. Du, da steht da so eine Lawine. Komm her, Lawine, Blau Kölner, komm jetzt. Schau mal danach, der fährt so gut. Geil, ich hab gesagt. Da fährt man nachher auch. Schau mal, wenn wir da rumlaufen. Nein, ich will zuerst drüben fahren. Ja doch, weil vorher, sonst fährt einer rein und dann ist verspurt. Jungs, guckt mal, voll geil hier. Da springen wir runter. Bist du am Wahnsinn? Das ist aber schon ein Sacksteil, finde ich. Ja und? Ach Quatsch, das geht schon. Sauber rein, sauber runter. Voll Gas. Der Hammer. Der Schnee ist da unten ziemlich weich. Wir haben Dreier. Ah, Dreier, Dreier. Dreier ist super. In Physikai haben wir letztens einen Fünfer gehabt. Lawinenwahnstufe. Kaufe. Kaufe deinen Rock. Langweil. Also, lassen wir es noch runter. Losen wir es aus. Genau. So wie immer. Ja, logisch. Schnick, schnack, schnuck. Tja, scheiße war es. Kommi. 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 Ja, unsere Beobachtung ist, dass früher es schon so war, dass das Tiefschneefahren, sag ich mal, die Domäne der Tourengeher war, der Männer der Berge. Und dass dann mit dem Snowboard ungefähr vor 15, 20 Jahren das Teil der Jugendkultur wurde. Und im Bereich Skifahren jetzt vor allem durch die bessere Freeride-Ausrüstung, die breiten Ski, das für viele Schüler viel leichter ist, im Tiefschnee voranzukommen. Und das gemeinsam mit den Videos und den Bildern und den Snowboard-Magazinen weckt halt bei vielen Schülern und Kindern den Wunsch, dass sie einfach auch neben draußen fahren. Und deswegen nimmt es so stark zu. Level 2 des Projekts Check-a-Risk soll die von den Kids erlernten theoretischen Kenntnisse nun im Gelände vertiefen. Ihnen steht ein herrlicher Tag im Karwendelgebirge bevor. Die Rahmenbedingungen sind hervorragend. So, die, die bei mir in der Gruppe sind, da nochmal einen Halbkreis, dass ich den Überblick habe. Jeder der Teilnehmer ist gut ausgestattet. Die nötige labinenverschütteten Ausrüstung wird für die Kurseinheiten gestellt. Zunächst erfolgt eine Lagebesprechung. Da verlassen wir dann den gesicherten Raum und gehen dann in das freie Gelände rein. Das heißt, wir dürfen dann da oben unsere VS-Geräte anlegen und gehen dann am Beginn vom Höhenweg hinauf. Und dann das Ziel von dieser ersten Einheit ist, dass wir diesen Hang, der noch nicht eingefallen ist, dass wir den beurteilen, je nach Gefahrenstufe und dann mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen runterfahren. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt, um die sich jeweils ein Bergführer kümmert. Dann erfolgt der Abmarsch ins Gelände. Bayernweit sind über 45 Trainer für das Projekt Checker Risk im Einsatz. Sie bringen alle eine Doppelqualifikation mit. Zum einen besitzen sie lawinenkundlichen Background, zum anderen sind sie pädagogisch tätig. Trainer Alois Lösl versteht es gut, die Jugendlichen für das Thema zu begeistern. So, macht da einen Halbkreis. Also, wir gehen hier noch da rüber. Und ihr seht da schon, da steht Achtung. Hier verlassen sie das markierte und gesicherte Gebiet alpine Gefahren. Der große LVS-Check wird durchgeführt. Der Piepston gibt das OK zum weiteren Aufstieg. Passt. Nächster. Da vorne warten da, oder? Einfach weitergehen. Gut, passt. Gut. Passt. Am folgenden Höhenweg werden die Vorteile des Geländes hier im Karwendelgebirge deutlich. Wir sind im Hochgebirge auf über 2000 Meter. Ihr habt selber gesehen, dass wir sehr kurze Wege haben vom Unterrichtsraum in die sogenannte westliche Karwendelgrum. Wir können verschiedene Situationen sehr schnell erreichen. Das heißt, wir können viele Bilder, die bei einer Freeride-Tour oder auf einer Skitour vorkommen, innerhalb kürzester Zeit neu einnehmen. Und das, glaube ich, ist der ganz große Vorteil hier im Damka, beziehungsweise im Bereich der Karwendelbaum Bergstation. Und ich halte sie für geradezu prädestiniert für diese Art von Ausbildung. Selbst für die Checker-Risk-Teilnehmer, die meist aus der Gegend um Mittenwald stammen, ist diese Tour ein außergewöhnliches Erlebnis mit atemberaubendem Panorama. Seht ihr, wie sich der aufsteilt? Wie das gleich wird. Gell? Das ist oft so. Durch den Wind ist das Gelände steiler als es teilweise aus der Karte raus. Wir haben da vorne gemessen, da haben wir 30 Grad gemessen. Wenn wir jetzt das da anschauen, das hat auf alle Fälle 35 Grad und sogar noch etwas mehr. Ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der Lawinenlage ist die Snowcard. Die Kids lernen, die Hangneigung zu messen und bestimmen durch die Exposition das Lawinenrisiko. Dabei hilft auch der Lawinenlagebericht, den sie im Level 1 schon kennenlernen konnten. Einer der Jugendlichen verrät uns dann auch den eigentlichen Grund seiner Teilnahme am Level 2. Ja, also in Mittenwald ist es ja so, da fahren fast alle Jugendlichen sehr viel Ski, weil es halt auch bei uns richtig gut geht zum Fahren. Und mit zunehmendem Alter, glaube ich, wächst so ein bisschen die Lust am ungesicherten Gelände. Also in dieser Saison, ja. Also, Hannes, lass krachen. Ich glaube, der Schnee ist gut. Hey! Jawoll! Wo schaut er noch? Ja, wir machen nicht diese klassische Lawinenkunde mit Schneekristalle anschauen und so weiter. Es geht eigentlich darum, dass die praktisches Sicherheitstraining machen. Und ihr habt es gesehen, mit Hilfe der Snowcard, da braucht ihr jetzt nichts wissen von Becherkristallen oder filziger Verbund. Die jungen Leute sollen jetzt wissen, wie sie mit dem Lawinenlagebericht umgehen müssen, welche Gefahrenstufen es gibt. Und anhand der Snowcard können sie ihr Risiko wirklich selber ablesen und bestimmen. Und das ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Mittel, ohne jetzt zu viel Theorie zu machen. Im zweiten Teil des Kurses sollen die jungen Freerider nun mit dem möglichen Ernstfall konfrontiert werden. Der richtige Umgang mit lawinenverschütteten Gerät, Sonde und Schaufel steht auf dem Programm. Dazu wird ein Lawinenabgang simuliert. Martin vergräbt ein LVS-Gerät im Schnee, das später von der Gruppe geortet werden soll. In dieser Richtung alles, was so zusammetrampelt ist, das symbolisiert das Ablagerungsgebiet dieser Schneebrettlawine. Hier nach vorne, da haben wir die sogenannte Sturzbahn der Schneebrettlawine. Also da ist das Lawinenfeld vorne, jetzt gehen wir da gleich einmal zügig nach vorne. Der Grobsuche folgt die Feinsuche und der sogenannte Airport Approach, die punktgenaue Ortung des Verschütteten. Hier zeigen sich die eigentlichen Schwierigkeiten bei der Bergung eines Lawinenopfers. Wobei sich die Handhabung der LVS-Geräte in den letzten Jahren sehr verbessert hat. Jetzt ist dieses Gerät ja nur das Gerät drin. Wenn ein Mensch drin ist, dann ist ja der etwas größer. Aber ich sage trotzdem, hier muss er sein. Ran, jetzt schauen wir. Jawoll, rausziehen und zeigen. Gut. Ich persönlich bin von dem Projekt sehr überzeugt. Ich hoffe, dass es weitergeht. Wenn die Teilnehmer, die heute dabei waren, viel Werbung machen für die Veranstaltung, dann geht's weiter. Und Freeraden oder Dürfschneefahren ist in. Und ich kann nur an die Eltern auch oder, ja, Eltern und Jugendliche appellieren. Stellt euch dieser Ausbildung. Ihr könnt die Kinder mit besserem Gewissen zum Freeraden lassen und müsst nicht zu Hause unnötig Angst haben. Okay. So, und der nächste für uns. Auf geht's. Stopp. Und der nächste. Run. Zum Abschluss und als Belohnung wartet nun auf alle Teilnehmer des Level 2 die Abfahrt durch das wilde Damm-Car, der lawinengesicherten Freeride-Abfahrt im Karwendel. Pechern. Amok. Es ist ein Patrick. Vielen Dank.